Yo! Neue Aufnahme-Runde, neues Glück! Xbox! Ich begrüße euch erstmal zu Spongebob Trump of Schlachter Bikini Bottom zu einer weiteren Folge Und die ersten Folgen sind heute schon draußen in der Aufnahme Are you ready kids? I can't see you! I can't see you! I can't see you! I can't see you! Jo, und dann starten wir jetzt da wo wir aufgehört haben Es ist schon länger her, 2 Wochen ungefähr, dass ich aufgenommen habe Und... Hat sich... Jetzt hat sich... Naja, einiges getan Es ist schon zu laut So... Soweit ich mich erinnern kann Waren wir das letzte Mal das Fall gescheitert Und waren da noch nicht reingegangen Was tun wir jetzt? In die Sand Mountain Und... Die ersten Folgen sind natürlich schon draußen Morgen geht die Schule wieder los Und wir gehen einfach um einen Nachmittag zu spüren Und wir gehen einfach um einen Nachmittag zu spüren Squidward, ich bin glücklich, dass du hier bist Ich brauche, dass du hier bist! Ich brauche, dass du wieder deine Zähne benutzt hast! Taddeus! Ich bin... Bin glatt, dass du mich... Dich hier zu sehen Ich brauche... Äh, keine Ahnung... Was? Du hast es vorher benutzt? Was? Du... Tast... Tust es... ... zuvor? Oh, ja, viele Mal! Ich habe gedacht, wenn du nicht wusste, wirst du nicht gebrauchen Erstmal werden wir schon reinkommen Morgen geht zwei Schule wieder los, aber... No... Ja... Manche... Times... Ach, egal! Ich bin... Fine... Was do I care? I'm a wreck anyways! I try and get some exercise to relax from all this robot mess! And now everything is ruined! Because of a toothbrush? No! It's those blasted robots! They've taken over the ski slopes! How can I ski with those ugly things beating everyone up? Listen, SpongeBob, you've gotta help me! I'm gonna lose my marbles if I don't get some relaxation! Das hat uns fast drei Minuten hier gekostet. Also wir müssen jetzt auf Zeit rutschen und normal rutschen, damit wir Spatel bekommen, zack, Monster-Cumbbell und hier kriegen wir erstmal was zum Kontrolle wieder anschließen. Wie ihr seht, immer noch 360 ist da alles. Scheiße, der hat hier wahrscheinlich einen Wackelkontakt. Jo, ich weiß jetzt gar nicht, wo die anderen Controller sind, deswegen werde ich jetzt erstmal die Aufnahmen kurz unterbrechen und wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.